Was ist die Hauptrausforderung, die wir im Moment berufspolitisch haben, ist das neue TSVG, dieses Termin-Service-Gesetz, das derzeit in der Diskussion ist, wo eine Reihe von Regelungen drin sind, die man durchaus begrüßen kann, aber auch sehr viele Regelungen, die unausgegoren sind und die noch verbessert werden müssen. Die meisten der Änderungen dort drin richten sich gerade auf die Niedergelassenen. Die Sachen, wie viele Sprechstunden gehalten werden müssen, dass offene Sprechstunden eingerichtet werden müssen, die verändern ja in erheblichem Maße das, wie wir unsere Praxen organisieren wollen, können und müssen. Wir haben einen sehr großen Trend in der Gesetzgebung zurzeit, der dahin führt, dass wir immer mehr Regelungen bekommen, die nicht zielführend sind, sondern nur plakativ nach außen gerichtet sind. Die sich in den Nachrichten gut verkaufen, aber weder die Arbeit in den Praxen verbessern, noch den Patienten bessere und frühere Termine geben.